Die Landschaft hier oben bei Prameni, bei Marienbad, hat etwas sehr Einfaches, aber ich würde sagen Erhabenes. Ich zeige hier auch mal die Großzügigkeit der Umgebung. Die Palette für die Himmelsfarben. Wenige Minuten später trägt der Künstler Kahlgut die zweite große Farbe als Grundierung auf. Immer wieder kommt die Sonne raus und schön ist, wie es ist ja eine tiefstehende Wintersonne. Die Fahrspuren auf dem Weg durch das Licht gezeichnet werden. Das wird wohl auf dem Bild auch eine Rolle spielen. Eine halbe Stunde später, die Grundierung ist abgetrocknet, kommt eine erste Struktur, nämlich die des Weges, auf das Bild. Mal sehen, ob wir das gleich erkennen. Aber diese Sieg und die Glocken werden sehen. Hier sehen wir uns doch. Ich hoffe, es ist ein neues Langsatz. Ich hoffe, es hilft, es heilt die Zahn-Zahn. Ich hoffe, es hilft, es heilt die Zahn. Ich hoffe, es hilft, es heilt die Zahn-Zahn. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, wir feiern die Entstehung dieses ganz besonderen Kunstwerks, das jetzt schon, wie soll man sagen, Furore macht. Bravo! Bravo! Hier, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehen Sie das, was der Künstler Karlgut vor Augen hatte, als er dieses Gemälde schuf. Und wie der deutsche Volksmund sagt, auch wenn es mit dem Thema wenig zu tun hat, der Arsch gehört in die Hose und die kalte Hand kann am warmen Arsch erwärmt werden. Mit freundlichen Grüßen, Schulmaistrat.